Der Cushy-Pix. So, gut so? Cushy-Calla, Cushy-Pix. Ja, ja. Mach's dir gemütlich. Ein kleiner Abendkuschler. Hast du noch keinen Platz gefunden, richtig? Machst du hier mehr Platz? Ja, so. Mehr Haut für Pixi? Oh, guck mal, jetzt wird keiner mit drauf. Wie machen wir das jetzt? Eindlich machen wir das nacheinander. Meine zwei schwarzen. Hier, die zwei schwarzen. Die zwei schwarzen Abendkuschler. Jetzt kann ich auch mal ein Cussi. Hier, Cussi-Cussi. Geht nicht, wenn der Pix dazwischen sitzt. Doch, geht. Komm her. Siehst du, geht alles. Geht alles. Guck mal, Pix. Platz besetzt. Platz besetzt, ja. Kalli raufgeklettert. Da guckst du, wa? Mhm. Den musst du auf den Kopf. Ihr habt alle beide eine kleine Macke. Ihr süßen. Der Pix, hat der Kalle deinen Platz geklaut. Wie komm. Kalli geht nochmal runter. Jetzt ist auch noch Pix nochmal dran. Komm, du bist auch nochmal später dran. So, Pix, komm nochmal her, wenn du willst. Dann muss Frauchen mal langsam duschen. So. Abendkuschelpix. Kuschel dich ein. Ja, ja. Kannst du machen. Dann brauche ich den Krabbeltier nebenbei. Die Kalle. Dann ist hier vorne Platz für dich. Ja. Ja. Hm? Hm? Ja. Das heißt schon, wir müssen euch nicht. Wire ich? Wire ich mir nicht. Wire ich ihr kutier. Buche ich mir nicht. Wire ich mir nicht. Kleiner Abendschmuser, ja, das ist der Abendschmuser. Mach es dir gemütlich, so ist es fein. Ja, pips, pips. Kleine süße Quitschertöne. Wie war denn dein Tag heute so? Ach, du hast mir das Wohnzimmer aus, dann war er gut. Ja, war er gut, der Tag? Hattest du einen schönen Tobeltag? Ja. 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 Ja, das ist so nett. Ja, winken, winken. Winken, winken.